Hallo Sladjo, wie geht es dir? Hallo Nana, ganz gut, und dir? Auch ganz gut, danke. Du, ich habe eine Frage. Ich habe mir überlegt, ob ich mir einen Hund zulegen sollte. Wie findest du meine Idee? Ich freue mich für dich, aber ich habe Angst vor Hunden. Oh, ernsthaft? Ja, sehr. Oh Mensch, ich hoffe, du besuchst mich trotzdem. Mein Hund wird klein und süß sein. Und du, pass mal auf, ich habe eine kleine Anmerkung. Man hat Angst vor etwas oder vor jemandem. Also, ich habe Angst vor Hunden, okay? Ah, okay, danke für deinen Tipp. Und wovor hast du Angst? Hm, also vor Hunden habe ich keine Angst. Aber ich habe Angst vor Schlangen. Und jetzt bist du dran. Wovor hast du Angst? Schreibe es uns unten in die Kommentare. Wovor hast du einen? Was ist unten leer? Untertitelung des ZDF, 2020